Ja, 300 Absprung Absprung Was geht eigentlich? Ja Die ganzen Bots Gehen alle ganzen Bots Ich habe ein Gefühl, dass ich die Erste bin, der stirbt Ja, ich bin der Erste, der stirbt könnte Und hier fährt einer Leck mich Arsch Ach, ich bin... Nein! Ist der Grün oder was? Ja, ist genau Ich gehe dir mal Hallo sagen, weil er hat eine Waffe Kackbord oder was? Weiß ich nicht, er zählt Okran hat sich eine Waffe gesnackt Und er krabbelt weg Hello my friend Oh, da gibt es eine Karte dabei Oh, den Mantel nehme ich mit Oh, okay, jetzt bin ich kackt Ich würde halt viel Lieber und öfter Fürs Börsen spielen Wieso? Weil ich kann ja immer Fürs Börsen spielen Ach Ich gurke Lew, was macht doch die Tür? Oh, da kommt der Bert raus hier aus der Tür Hallo Ging jetzt nichts oder... oder what? Ich glaube schon, aber irgendwo campen. Ich habe Angst mit der Akkarten. Ich ist ein Boot. Ich möchte das eine abeck Posso. War hier jemand auf Mark? Oh du kleiner Bastard alter! Sorry! Ach komm, schiebt den Arsch rein, sorry! Da drin oder was? Ja! Fertig! Ne, aber ich hab mich ersetzt jetzt gerade. Außer es war der andere Kek! Doch draußen, 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 draußen! Hinter dem Link, hinter der Mauer! Ja! Ja! Ja, da wo ich jetzt die Benz hinwerf! Da fliegt eine Held für ihn! Ups! Ja! 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 Gestern auf der Candy waren extrem viele was! Nice! Ich hoffe das Ding nimmt meine Stimme auf das Video! Nicht dass irgendwie Playstation 5 Controller mit Profolio oder so aufgenommen wird! Ja! 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 Boah, die waren noch fünf, äh sieben Minuten. Das schmeiß ich da zu viel Schuss weg. Freut mich scheiß Scope, Alter. Hey, hier drin hüpft auch jemand. Ja mein Botti, ne mein Botti hat auch nix an hier. Nice, Alter, meine Ausrüstung ist legendär. Damit gewinne ich jeden Kampf. Eindeutig. Das schluss hüpfen kann zum Glück. Und da ballert ein Botti sich gegenseitig ab, oder was ist da los? Mhm. Guck dir an. Alter. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich guck das nicht. Ich guck das nicht. Schmeier. Ich gucke das nicht auf. Ich gucke das nicht auf. Ich arbeite auch bei 70. Was geht ab hier? Was ist das für ein Labrott? Ich wünschte ich hätte Lust vor Ort. Ha! Ne, das ist schade. Ja, ich würde gerne wissen, hätte ich den von da so weit weggekippt mit nem Scheiß-Rohle. Hm. Wir haben noch wieder Bots in den Barsch, ey. Oh! 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 Oh, wurde genobbt. Von dem Barsch. Ah, weiß nicht. Sieht mir das nicht so aus. Ne, ne, ne. Wolle. Ne, ne, ne. Nicht. Siehst du ihn? Ja. Wir sehen nicht. Nein, nein, ja. Genau, da passt das. Pass auf nicht, dass dein Team auch, ähm... Ja, hier am Strat. Ne. Nein. Smoke. Versuch zu flankieren. Sind sie? Da am Strat. Was ist das? Alle? Ich hab nur einen gesehen. Zone. Steine sind wir noch. Also, wahre zumindest, keine. Pushen wir den Stein? Ja. Ja. Sehr steil. Hier ist keiner mehr. Wo ist eben sein Drecksmeer, den ich genockt hab? Ich hab ne Ahnung. Der war doch genockt, der hier, oder? War der Bo? Ne. Ne, doch. Doch. War das der? Da wurde er dann wieder geholt. Hm. Oder, oder hä? Komisch, ja. Hat jemand Spritzen? Oder Energies? Ja, ich kann dir eine Energie geben. Und einschmelzen. Ja. Oder zwei. Ja, wir müssen rein. Wir brauchen ein Auto. Wir müssen weit rein. Wir haben uns wohl ein bisschen ausgezählt. Ja, Bot-Party, Alter. Ja, Bot-Party, Alter. Braucht man Winni-Kids? Naja. Oder zwölf Stück. Zwölf. Die dürfen kriegen kein Auto. Hast du Pillen, Corin? Korin. Hm? Hast du Pillen? Ne. Nur eine. E2. Brauchst du? Ne, ne, ne. Ich bin jetzt erstmal voll geboostet, aber... Rechts und links sind Schüsse. Ich freue mich. Aber wir brauchen unbedingt ein Auto, Alter. Weil die Zone ist noch kleiner. Wir brauchen echt ein Auto. Hier ist kein Auto. Ich glaube, in den einen Minuten kommen wir an und dürfen dann die Deck weiter landen. Ja. Ja. So. 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 Reicht eigentlich, oder? Ja, ja. Vorne auf der Drücke. Ja, ja. 220. Andere Seite an der Mauer. Hinter der Mauer. Beobacht. Stein. F*** hat mich gut gehintet, aber... Was geht denn mit dir? Da oben. Hinter dem Stein. 130. Ist er da immer noch? Kann sein. Hast du smocked? Ich hab gesmockt. Ok. Und die Molle ich auch? Ja, aber meine. Ist nicht weit genug geflogen. Lass mich jetzt mal kurz heilen. Ich habe noch einen Schmerz. Okay. Was hast du da für eine Scheiße an, Alter? Ich hatte da vorne an. Junge, Junge, Junge. Ist das so eine Windel oder was? Was? Nee, hier. Hier, hier. Oh Gott, Alter. Schönen Schrapsbauer. Der Typ schaut uns die ganze Zeit zu, oder? Der Typ schaut uns die ganze Zeit zu. Der Typ schaut uns die ganze Zeit zu. Der King. Ja. Er sagt King. Der Bot. Der, der auch ein Name war. Ach. Der, wer sagt Wenn? Der, wer sagt dann? Da. Der. Der, wer sagt. Der, wer sagt dann? Ja, und was? Ich schätze mal von dem Gebäude hier. Da ist es halb drin. Und davon lag auch Schüssel. Ich habe einen Heddy bekommen. Leider keine Smog. Da oben bei 150 hängt einer. Ich habe mich nochmal mit einem Heddy verfehlt. Hast du eine Smoghorn? Nee. Nee. Ist das ein Smoghorn, Schalte? Ja. Ja. Ich opfere dich. Hol's. Ja. Jetzt links oben wird die Offenberg. Ich bin froh, ich hätte auch noch zwei Milliarden vertreten. Ja. Digga. Oh Gott. Ich verstehe uns das scheiße. Immer Verbände. In jedem Gebüsch könnte einer öffnen. Links. Ich bin hinter dir. Ja. Ja. Die Klatsche. Die Sammitsch. Ja. Natürlich lassen sich alles fallen. Pff. Mach mal leid. Geht hier. Ich weiß gar nicht wie's so weit kommt. Lauf, lauf, lauf. Ich gehe raus. Mach mal leid. Jetzt. Alles was Problem ist. Links ist es bei 120. War doch eine gute Ablenkung. Sollte da hochkommen irgendwie. Das sind ja wohl zwei Dreier-Teams noch. Oh, 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 Junge, Alter. Ich hab gar nichts mehr einen wie dich. Ich hab auch noch einen Samen. Ich hab auch noch einen Samen. Oh, das musst du erst... Eigentlich könntest du hier warten, kurz, bis jemand runterläuft. Ich schwenk sie ihm nur ein, Hock. Jetzt die Shotgun ausbilden. Sniper wird jetzt nicht mehr so wichtig wie Schotty. Da rennt er noch. Da reinhändig mal deutlich. Wechsel das Haus. Na gut. Lauf durch. Digga. Fuck. Wo kommen wir jetzt? Achtung zu einer Bekleiner. Gar nichts zum Heilen halt. Dann springe ich schnell noch einen deutschen Haus durch. Der das Haus baut, der kannst du auch schnell noch einspringen. Ich geh nicht in große Felsen. Der ist... der noch in der Zone? Ne. Ich geh hier. Jetzt da rein und guck, ob du noch Haltung findest. Jetzt bekämpft da jemand. Und... Na ja, ist doch ein Jügelkant. Uh. Richtig. Ich glaube, das ist ein Weg zu deinem Tod. Irgendwo ist es jetzt an der Wege. Ganz am Haus. Jetzt durch ein Haus weiter. Oh je. Jetzt wenns Auto kommt, würde ich laufen. Kannst du denn nicht irgendwie gucken, dass du binnen dem Haus bleiben kannst? Ich sag's. 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 Die первäulein. Wir sind weg. Klinke Fenster da rein. Ich bleibe im Fahrt drin und warte lieber, glaube ich. Erstmal nicht drin, glaube ich. Guck am Fenster. Du hast doch genockt. Ne, ne, rechts da. Bin ich hier drin, Alter? Du musst unten. Ja, du musst ins Haus runter. Ah, Daniel bestimmt. Quatsch. Links drin, einer von dir. Das ist ein 3er Team. Achtung, linkes Fenster. Was hast du gewerfen? Ein ganzes 3er Team, oder was? Die sind zwischen den Häusern. Direkt da hinten dran. Ich schätze, die sind da denn. Ich hab grad irgendwas gesehen. Und rechts kommt eine an. Aber rechts von dir. Ich hab keine Ahnung, der mit. Ja, vielleicht. Na doch, eine. Die kommen. Mal beschreiben. Das ist ein offenes Feld gegangen. Hallo. Hallo. B90. Damit. Alle Platz weiter. Na doch, eine gute Runde. So. So.